Der Overlocker Kräuselfuß ist zum schnellen und effizienten Einreihen von Stofflängen mit einem Vierfadenstich konstruiert worden. Die Stoffkante wird gleichzeitig in einem Arbeitsgang abgeschnitten und versäubert. Die Führung an der Fußunterseite kommt bei zwei Lagen dann zum Tragen, wenn eine Lage beim Zusammennähen eingereiht und die andere flach bleiben soll. Die obere Stofflage bleibt flach, während die untere, der Führung auf dem Transporteur durchlaufende, gekräuselt wird. Die seitlich am Nähfuß angebrachte Kantenführung kann mit der oberen Schraube eingestellt werden. Der Nähfuß kann auf den meisten Stoffen und für praktisch alles verwendet werden, von zarten Rüschen an Weißstickerei arbeiten, über Abendbekleidung und Heimtextilien wie Bettüberwürfe, Kissen und Vorhänge.